Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. In diesem Video geht es um die Facebook-Ads-Anleitung von Nico Lampe. Wer sich im Internet ein Business aufbauen will, kommt an bezahlter Werbung nicht vorbei. Was wäre, wenn man das tollste Produkt hat, aber keine Ahnung davon, wie man es kostengünstig bewerben kann? Da ist der Videokurs von Nico Lampe genau richtig, da er dir bis ins kleinste Detail zeigt, wie Facebook-Marketing funktioniert. Du lernst von Grund auf, wie du eine Werbeanzeige erstellst, die extrem lukrativ ist, aber dennoch wenig Geld kostet. Dabei spielt es keine Rolle, ob du Affiliate bist und andere Produkte bewirbst. Dieser Kurs ist ebenso für dich interessant, wenn du dein eigenes Produkt verkaufen möchtest. Wenn du die Power von Facebook verstehst und weißt, wie man effektives Marketing betreibt, dann kannst du quasi alles über Facebook-Ads verkaufen. Meine Erfahrung und Test vom Produkt. Meine Erfahrungen mit dem Videokurs von Nico Lampe sind durchweg sehr positiv. Ich hatte in der Vergangenheit schon mit einigen Kursen rund um Facebook-Ads zu tun. Meist schreckte mich der Preis von bis zu 400 Euro davon ab, diese mir dann zu kaufen. Das ist bei dem Facebook-Ads 2.0-Kurs ganz anders, das Preis-Leistungsverhältnis überzeugt auf ganzer Linie und die Umsetzung des Erlernten gelingt wirklich recht schnell, da Nico die Inhalte kurz und prägnant herüberbringt. Nico Lampe spricht seine Zielgruppe ohne viel, Blabla, und Ausschweifungen an. Daher sollte es nicht schwer fallen, alles zügig umzusetzen. Du bekommst mit dem Kurs ein qualitativ hochwertiges Produkt an die Hand, was dich in die Lage versetzen sollte, innerhalb kurzer Zeit erfolgreich mit dem Schalten von Facebook Werbung zu sein. Dabei ist es egal, ob du vorab nur eine Anzeige erstellen möchtest oder das Budget für 10 Anzeigen auf einmal hast. Auf diese Art lässt sich ein Online-Business aufbauen, was man so beliebig hoch skalieren kann, wie man nur möchte. Hierbei dreht sich alles um Facebook-Werbung, das richtige Marketing und wie du es von Anfang an richtig machen solltest, um nicht unnötig Geld zu verbrennen. Die Facebook-Ads-Anleitung zeigt dir viele Strategien auf, um über Facebook oder Instagram Geld zu verdienen. Was braucht ein erfolgreicher Online-Marketer, um Geld zu verdienen? Richtig. Er benötigt zielgerichteten Traffic für seine Produkte. Ein Affiliate benötigt ebenso interessierte Besucher, um mit Partner Werbung Provisionen zu verdienen. Dabei ist es egal, ob du eine Webseite betreibst und etwas verkaufen möchtest oder ob du als Affiliate etwas bewirbst. Du brauchst Kunden. Das sollte jedem klar sein. Facebook bietet dir viele Möglichkeiten, um genau deine Zielgruppe perfekt anzuvisieren und so im besten Fall Produkte zu vermitteln oder zu verkaufen. Du bist dank Facebook in der Lage genau vorher zu analysieren, wie alt deine Käufer sind oder welche Interessen sie haben. Das ist bei deinem zukünftigen Marketing sehr wichtig. Für manche stellt das den absoluten Albtraum oder eine Horrorvorstellung dar, wenn Facebook fast alle persönlichen Details über seine Nutzer weiß. Für dich, als zukünftigen Facebook-Ads-Experten ist das aber ein Gewinnbringender Segen. Du wirst mit dem Wissen aus der Facebook-Ads-Anleitung in die glückliche Lage versetzt, deine Produkte besser an deine Zielgruppe zu vermitteln. Wenn du dann weißt, wie es geht, dann kannst du bei jeder geschalteten Werbung viel Geld sparen. Das kann das Produkt. Der Kurs zeigt dir Schritt für Schritt, wie du eine lukrative und geldbringende Anzeige bei Facebook aufbauen solltest. Nico Lampe hat es geschafft, sich innerhalb von drei Jahren zu einem Experten im Bereich Facebook-Marketing zu etablieren. Und jetzt kommt der Hammer. Er verdient dank Facebook-Werbeanzeigen am Tag bis zu 1000 Euro. Willst du das auch? Bevor ich den Kurs hatte, habe ich selber immer mal wieder versucht Facebook-Werbung erfolgreich und gewinnbringend zu schalten. Ich muss dir was gestehen. Ich habe damals kläglich versagt und das ist nicht übertrieben. Doch der Kurs hat mir die Augen geöffnet und mir gezeigt, was ich immer wieder falsch gemacht habe. Da war mir klar, dass dies kein Wunder war, wenn es dann nicht funktioniert hat. Ich hätte genauso gut mein Geld zum Fenster herauswerfen können. Inzwischen sieht es bei meinen Facebook-Anzeigen sehr viel besser aus. Der Klickpreis hat sich mittlerweile nahezu halbiert und erste Einnahmen haben sich unmittelbar nach der Veränderung und der Anwendung des Kurses gezeigt. Der Videokurs wird auch dir zeigen, wie du dir in Zukunft mit der Hilfe von Facebook dein Business aufbauen kannst. Dazu benötigst du gerade einmal bis zu zwei Stunden Arbeit am Tag. Das ist die Zeit, die ich meist benötige, um alle Anzeigen zu checken und nach dem Split-Testing zu optimieren. Wenn die Anzeigen erst einmal gewinnbringend laufen, muss man nicht mehr viel dafür tun. Hier ein Beispiel. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen. Man bekommt quasi ein Euro rein und hat zuvor 50 Cent investiert. Und genauso sollte es im Marketing laufen. Du solltest im Bereich Facebook schon ein wenig Basiswissen mitbringen, dann wird dir die Umsetzung wirklich nicht schwerfallen. Das Wichtigste vorab. Man sollte natürlich alles umsetzen und nicht nur die Videos schauen. Die Module sind gut überschaubar der Reihe nach angeordnet und können nacheinander durchgearbeitet werden. Der rote Faden zieht sich sehr gut durch den Kurs. Du wirst hierbei nicht durch zu viel Theorie abgelenkt und du kannst alles gleich eins zu eins umsetzen und nachmachen. Dennoch empfehle ich hier vorab alles erst einmal anzuschauen und dann mit der Umsetzung zu beginnen. Und zum guten Schluss noch ein wichtiger Punkt, der unbedingt beachtet werden sollte. Die Auswahl des richtigen Affiliate-Produktes ist brachial entscheidend. Was will ich hier damit sagen? Wer hier das falsche Produkt bewirbt, könnte auch genauso gut sein Geld verbrennen und verdient deshalb zu wenig oder schlichtweg absolut gar nichts. Preis und Leistung. Die Facebook-Ads-Anleitung 2.0 ist mit gerade mal 69 Euro mein Favorit und Sieger im Sektor Preis-Leistungsverhältnis. Der Preis ist eine Kampfansage an alle anderen Infoprodukte im Bereich Facebook-Marketing. Da sollte niemand über den Preis nachdenken müssen, da der Preis meiner Meinung nach für den gelieferten Gesamt-Content viel zu gering ist. Es ist nicht nur im Internet so, dass man nun mal erst Geld ausgeben muss, bevor die Bilanz der Einnahmen nach oben geht. Es gibt da draußen genügend Videokurse oder Mastermind-Gruppen, die hunderte oder tausende Euros kosten, aber auch nur mit heißem Wasser kochen. Es gibt bei Facebook-Strategien aber kaum oder wenig Geheimnisse. Meist sind es Erfahrungen, für die man bezahlen muss. Es lohnt daher wirklich für jeden hier zuzugreifen und so die Abkürzung zu gehen. Warum das Rad neu erfinden, wenn Nico bereits alle gewinn-erzählenden Strategien für dich schon ausprobiert und zusammengefasst hat? Was ist gut? Extrem gut ist der Vergleich zwischen dem Preis und dem, was man dafür bekommt. Die Facebook-Ads-Anleitung 2.0 liefert extrem viel Mehrwert. Nico Lampe erklärt aus der Praxis, wie Facebook-Marketing kosteneffizient funktioniert. Du bekommst an einem Live-Beispiel gezeigt, wie er eine Anzeige aufsetzt und ebenso wie er damit die erste Affiliate-Provision verdient. Du bekommst hier keine langweilige Theorie, sondern eine praktische Anleitung zum Geld verdienen. Was ist nicht so? Eigentlich kann ich mich nicht beklagen. Natürlich könnte man noch eine zweite Case-Study, Fallstudie, als Beispiel mit in den Kurs aufnehmen, aber das ist, wenn man ehrlich ist, auch jammern auf hohem Niveau, wenn man überlegt, wie günstig der Kurs zur Zeit angeboten wird. Auch wenn er beispielsweise erklärt, wie man Nikos Facebook-Ads-Kurs bewerben kann, ist dies meiner Meinung nach völlig in Ordnung. Das sollte Nico Lampe in der Hinsicht nicht übel genommen werden. Ich sehe das als Chance und muss gestehen, dass ich die Facebook-Ads-Anleitung selbst über meine eigene E-Mail-Liste erfolgreich beworben hatte und noch immer bewerbe. Es hat sich sehr gelohnt und lohnt sich nach wie vor. Gibt es Zusatzkosten? Es entstehen natürlich Kosten für deine zukünftigen Facebook-Anzeigen. Das heißt in klaren Worten, mindestens 5 Euro pro Tag und Anzeige. Hört sich natürlich nach viel Geld an, aber man muss lernen, dass man im Vergleich mit anderen Plattformen nirgends sonst für so kleines Geld Werbung direkt an die eigene Zielgruppe senden kann, wie bei Facebook oder Instagram. Das solltest du vorab wissen. Du musst ein Werbebudget haben von circa 100 Euro. Du darfst nicht ungeduldig werden, wenn die Anzeige eine Woche braucht, um erste Einnahmen zu erzielen. Es kann auch mal sein, dass dein Produkt schlecht ausgesucht ist und kaum Einnahmen bringt. Mein Fazit zur Facebook-Ads-Anleitung. Mit dem Facebook-Ads 2.0-Videokurs bekommst du einen wirklich sehr guten Kurs an die Hand, der dir zeigt, wie du in Zukunft kein Geld mehr mit Facebook-Werbung verbrennst, sondern verdienst. Der Kurs bietet neben der Step-by-Step-Anleitung auch eine Facebook-Gruppe, die dir Unterstützung gibt und auf Fragen reagiert. Außerdem gibt es Checklisten zum Download, für die bessere Übersicht. Ich kann den Kurs wegen des niedrigen Preises und des Inhaltes nur empfehlen. Vergleichbare teure Kurse haben mir auch nicht mehr Inhalte liefern können, der Kurs ist klar strukturiert, alles ist sehr gut erklärt und zeigt anhand eines Live-Beispiels die ersten Einnahmen, die Nico Lampe mit seinen Strategien verdienen konnte, was will man denn mehr. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gebe dem Video einen Daumen nach oben. Solltest du auch Erfahrungen mit der Facebook-Ads-Anleitung gemacht haben, dann hinterlasse doch einen Kommentar, wenn du in Zukunft mehr solcher Videos sehen möchtest, dann abonniere doch unseren Kanal. Jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg in deinem Business, wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war dein Affiliate Reporter.